Hi, hi! Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir und Red Shadow Kai! Guten Tag! Wir dachten uns, dass wir so viele kleinen Spackis schon gemacht haben. Irgendwie, let's playen wir jetzt auch mal Terraria! Woo! Was ist das denn? Schuriken, glaube ich, oder? Irgendwelche Sternchen. Also wir haben fast keine Ahnung, also ich kenne es damit fast nicht aus. Ich gucke mal, da ist irgend so ein Spast. Spast die Töten! Öh! Brett meine ich. Brett! Brett Pitt oder wie? Wo ist jetzt unser Spawnpunkt? Ich kann mit dem reden, ich kann mit dem reden! Ich töte mich, ich will wissen, wo der Spawnpunkt ist. Oh, Spacko! Ich vergleiche mal mit Holz abbauen! Wie geht denn das? Klick mal, wenn du auf ESC drückst, auf dieses gelbe Schild. Jetzt können wir uns sehen! Party Time, Party Rocket, denn wer haust tonight? Und jetzt kommt Gamer an! Ey, ich komm nicht mehr hoch, das ist ja nicht wie Minecraft. Ja, du wolltest dich auch töten! Ich baue hier mal fleißig irgendwie Holz ab. Ich hab noch keine Ahnung, wo es ist. Goldfisch! Das lese ich gerade. Ich will Goldfische! Wir spielen das Spiel übrigens auf Englisch, auch wenn es auf Deutsch geht. Weil sonst ab und zu das abschmiert. Ja, wir haben es mal kurz angespielt. Äh, ich merke gerade, dass es eine Luftanzeige gibt. Das finde ich auch gut. Wo? Na, wenn man unter Wasser... Okay. Und chill, Welt! Guck, ich will deinen Grabstein sehen! Nein, das ist in den Tiefen des Meeres. Hallo! Ey, guck mal, hier ist unser Spawnpunkt. Ey, Kai, da ist eine Truhe! Da ist eine Truhe! Äh, Luca, wir haben gerade einen richtig doofen Spawnpunkt. Und ich kann in den Block rein. Krass, ich hab... What the fuck? Ey, ich hab ein Iron Skin Potion. So oder so, kriegt man also wieder Luft. Ey, du, ich hab eben eine Kiste hier unten gefunden. Hui! Siehst du das Licht da unten? Äh, kommst du? Und hey, du Fotze hier oben, wegmachen. Gel! Hier ist unser Spawnpunkt. Jetzt haben wir Gel hier, aber wir bauen doch nicht direkt am Spawn. Komm, wir bauen hier oben unsere Röte. Hier ist es schön gerade. Ja. Hier ist es schön gerade. Ich hab mir auch ein paar Let's Plays angesehen. Und ich hab schon... Was? Spoiler mich nicht! Und ich... Was? Ich... Ich komm von der anderen Seite. Ey, die spinnen doch nicht... Ach so, ich muss den Baum erst fällen, oder wie? So, hier. Kopperaxt. Boah. Sie schwingen ihre Äxte sich gegenseitig ins Gesicht, aber es stört keinen. Regen. Humu, Party! Oh, guck mal. Was? Da ist gerade was Grünes bei dir runtergefallen. Ich seh nichts. Yippie, ich hab Eicheln. Eigentlich hab ich doch nur eine, aber... Nein, nein, nicht... I, mach das Ding weg. Kai, ich will eine Eichel pflanzen. Hui. Und ich hab hier jetzt, äh, Wut. 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 Immerhin weiß ich, wie man Wut platziert. Oh. Ey, ich hab eben rausgefunden, wie man das wegwirft. Einfach rausziehen. Wir haben null Defense, merke ich gerade. Ich nicht. Ich hab ein... Hä, wie? Ich hab... Pfff, was ist das? Eck... Ein Ecklet. Ein Arkan-Ecklet. Plus... Plus 20 Mana heißt... Krass, ich... Kai, ich hab jetzt Mana. Wie? Mana? Ja, ich weiß... Was ist das? Keine Ahnung. Juhu. Zieh die... Ich baue hier mal so eine Eben... Zieh die mal an, da unten ist so eine Accessoire-Leiste, da musst du es reinziehen, dann bekommst du Mana. Oh, geil. So, hier schön. Ich hab Mana. Werden wir uns hier mal direkt einkesseln. Äh. Damit die bösen Männer... Gibt es auch irgendwie eine Crafting Station oder so? Keine Ahnung. Oh, scheiße, ich will mit rein. So, einfach mal essen mit Tarzan. Was haben wir... Oh. Tarzan. Juhu. Nein. What? Oh, guck mal, ist da unten. Oh, schlisch, 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 oh. Granate. Guck mal. Granate. Es gibt ja auch Erze. Ich baue mal, äh... Oh, Kopper. Ich hab eben Granate gefunden. Lukas Stubbt bei Granate. So, und wie komm ich jetzt... Äh, hast du Gel? Wie komm ich jetzt ins Haus? Weil, äh, ich hab mir Dings da diese, äh... Craften für Dummies oder wie das auch heißt. Ey, du, ich seh hier grad unten links, hier kann man sich was machen. Und ich hab schon ne Walk Bench. Gib mir mal Gel. Wuii. Man kann sich damit Fackeln machen. Ich will meine eigene Fackeln. Und ich hab mir die Höhle da unten erkunden. Fockel time. So, krass, man kann sich auch noch bogen und so. Ich will ein Holzschwert. Scheiß auf Kupfer. Holzschwert. Krass. Silius Woodensword. Äh, kannst du mir Dingens geben? Hammer. Hammer, Hammer. Tiny, genau. Was? Tiny. Oh, Legendary. Zeig, gib's mir mal, ich will's sehen. 14 Damage. Gib's mir, ich will's sehen. Aber das ist meins. Legendary Holdsword. Das ist geil, Kai. Legendary. Das behalten wir auf ewig auf. In Ehren. Ich geb mal ein bisschen Holz. Das sind Kombiprobleme. Äh, und was will der Guide? Keine Ahnung, ich baue jetzt erstmal so ne Kack-Rückwand. Ich find scheiße, dass wir am Anfang nicht nach rechts laufen können, wegen diesem doofen Meer. Äh. Ja, erstmal müssen wir... Äh. Wir haben ja direkt... Äh. Rechtsklick ist... Kann man nicht Fenster machen? Nicht in unserer Welt. Ich komm nicht mehr an Holz. Nein. Ja, gib mir mal. Ich komm nicht mehr an Holz. So, jetzt gucken wir uns was von Minecraft ab und benutzen diese in 3D-Verhältnis gesetzten Erdblöcke, und können wir uns nach oben bauen. Und ich sehe Stein. Äh. 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 Brauchen wir Stein eigentlich? Ja, für den Ofen. Spoiler! Spoiler! Ja, was denn? Man muss sich auch mal informieren, ne? Okay, ab hier wird's dunkel. Oh, ich hab'n Night Owl Potion. Geh, da wieder raus, du Mutte. Ich hab'n Night Owl... Oh, ups, hab' ihn getrunken. Wie ist denn das gemacht? Ja, einfach rausgezogen, ich wollt' ihn wegwerfen. Iiii, so'n Glibberteil. So'n Glibberteil im Blau ist hier. Ich werd' hier grad' mit solchen Excalibur mach' ich ihn weg. Excalibur. Ja, weil's doch legendär ist, oder? Röter, Röter. Oh, yeah, jetzt hab' ich auch Gel. Scheiße, es wird Nacht. Hilfe. So. Man kann sich... Gut, ich erkund' mal die Höhle hier. Und ich hab' jetzt schon was Interessantes rausgefunden. Man ist drei Blöcke hoch und zwei breit. Hui. Kann man Fallschaden nehmen? Oh. Ach du... Voll bloß nicht runter. Uff. Ey. Hier so ein Mörderschleim. Oh Mann, ich hab' immer noch vergessen, Holz abzuformen. Oh, nee. Hopp. Komm schon. Um die Tür rum, einfach mal so rauf. Uff. Komm schon. Ähm, merkst du grad', wo ich bin? Nö. Ich bin in irgend so'nem Loch in der Höhle. Ja, typisch. Ich baue grad' diese Kopperohren ab da. Typisch. Kalt treibt sich immer in Löchern rum. Ich find' das Buch schön, Löcher. Oh, kacke. Ah, mich verfolgt so'n rotes Teil, so'n Supernova-Ding. Nämlichstens die Kopperohren noch. Bestimmt sich hier irgendwo so'ne Atomfabrik, deswegen leuchtet auch der Hintergrund rot. Und Suizidhasen gibt's hier auch. Ih, Autop? Willst du etwa gleich die gesamte erste Nacht in irgendeiner Höhle verbringen? Ja, ich komm' hier gleich, weil ich gleich sterbe. Wie entdeckt man denn hier? Gibt's ja auch irgendeine Tasse, damit man die Koordinaten sieht. Ich will 40, ich muss 60 Blöcke noch. Obwohl, nee, das kann ja nicht sein. Wenn man hier 60... Ich seh' nichts. Ich vergleiche das ein bisschen zu sehr mit Minecraft. Wenn man sich hier 60 Blöcke noch unten baut, wer weiß, wo man dann landet. So. Oh, ich hab' Gel. Endlich mal wieder Fackeln. Hm, der Gel. Ich baue mich grad zu dir in der Höhle durch und farm grad'n bisschen Erde. Ich trau' mich nicht. Äh, Riesenschleim. Ey, was hat der Hase hier zu suchen, lol? Ich trau' mich nicht, draußen zu bleiben. Ey, ich hab so'n Holzraum gefunden. Und bin tot. Mit so'ner goldenen Truhe. Komm zu mir, hör zusammen, werden wir da schon irgendwie schaukeln. Ja, erstmal werden wir die erste Nacht überstehen. Ja, in der Höhle. Wie willst du uns draußen überleben? Kannst du mir das mal sagen? Ich mach' erstmal die Rückwand weiter, ne? Ich überlebe im Dunkeln. Du bist ja jetzt eine Eule gewesen. Was hat der Trank eigentlich gebracht? Gar nichts. Ja, bestimmt, äh, bringt das in der Nacht irgendwas wegen Night Owl. Warum ist ein Grafstein in unserem Haus? Das sieht beschissen aus. Keine Ahnung, hol' ich doch ab. Ich hab' dir doch ein... Ah! Kann man Grafstein auch eigentlich lesen? Was weiß ich? Rest in Peace, Querzuluka. Ah, uh. Grünisch. Querzuluka got mass grid by Querzuluka's grenade. Bist du irgendwie... Ich... Du hast dich selbst... Ja, Selbstmord. Nein, Grammlafen kann man nicht essen. Ich hab' abgebaut. Ich hab' abgebaut. Ey. Ich... Ich bin jetzt suizidgefährdet. Ich stürze mich einfach in die Tiefe. Wer zuerst stirbt, ist der Gewinner. Hui, und du hast Kupfer übersehen. Scheiße, Zombies. Ich hab' doch gesagt, geh... Oder Michael Jackson, oder wer das auch ist. Geh' in die Höhle. Wenn wir hier alles ausleuchten, sind wir sicher. Oh, ich... Oh, hier ist ne Qualle, hier ist ne Qualle. Oh, schönen guten Tag, Qualle. Kann hier schon wieder Wasser ablassen? Ich bin grad in einer anderen Höhle. Die Qualle massakriert mich. Ey, hier ist ein Spinnennetzer und wie im Minecraft bewegt man sich langsam durch. Krass. Ey, die... Diese Dinger, die Glocken... Äh, die... Droppen die Glow Sticks. Hilfe. Ey, du hast recht gehabt, hier ist wirklich so ein Kammer. Ey, da ist... Da ist ne Truhenstatue. Geil. Kommen wir jetzt durch? Ah, Holz. Ich will aber... Ey, ich könnte Hilfe gebrauchen. Obwohl, ne. Ah. Yippie, eine Chesh-Tatue. Ich möchte dein Gesicht wieder sehen. Ich hab' einen Tisch. Ich hab' einen Tisch. Krass, ich hab' einen Magic Mirror gefunden. Oh, cool. Was kann man damit machen? Weiß ich noch nicht. Gaze Mirror to return home. Oh yeah. Take me home. Ach, Mist, du hast meine Mana-Socke. Gib die zurück. So, und gleich... Ich will nach Hause. Gleich mal Trank nehmen. Ich will nach Hause. irgendwas anderes braunes gefunden. Matt. Ich blut grad so ne Höhle. Was? Ich blut in ne Höhle. Ey, ich kann dich glaub... Ich glaub' ich hab' dich grad gesehen. Kann nicht sein. Ich bin in so ner Höhle nebenan. Guck mal auf die Feed-Anzeige. Ey, du hast voll viele Körperohren verpasst. Ach ne, du, rat' mal was ich hier grad finde. Ich finde hier grad Silber. Silber? Ja, sieht so aus. Und Eisen. Oh Gott. Und jetzt schon kann ich die Musik nicht mehr ab. Heile den Musikgöttern. Ah. Oh, so ein Schleimis. Ich brauche...